Hallo ihr Lieben, willkommen zur Ziehung des Gewinners oder der Gewinnerin beim Bandklecks-Gewinnspiel. Wir haben 18 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren namentliche E-Einkapsel versteckt hat. Die Ziehungsanlage ist bereit und meine Glücksfee, die bezaubernde Malaika ebenfalls. Malaika wird angelockt durch die Frohlichste an jeder Kapsel sind, jetzt einen Gewinner ziehen und der kriegt dann einen persönlichen Bandklecks, nach meinem Gutdünken zugesagt. Malaika, bist du bereit? Schau, Hocki, nimm sie. Zur Erläuterung, ich werde das wählen, bei dem Malaika als erstes das Frohlich auffrisst und das ist dieses hier. Die Gewinnerin ist, oh Glückwunsch, Olivias Bulli-Schmiede. Liebe Olivia, bitte melde dich bei mir, damit ich deine Adresse habe und dir dein Gewinn möglichst bald zusenden kann. Allen anderen vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und diesen Spaß mitgemacht habt. Habt noch eine schöne Woche. Tschüss, eure Bandklecks. Süßbar-Sussbar- stan im »Gernab-Stepil« »Gernab-St